Hallo liebe YouTuber, herzlich willkommen zu Alisman is Returns, Part 24 mittlerweile schon. Aha. Hier diese bösen Wespen gehen da auf diese Dinger los. Die Ameisen, die eh schon. Leblos am Boden liegen. Das ist schrecklich, oh große Raupe. Warum hast du uns verlassen? Die Tür ist verschlossen. Nur wer die Glocken in richtiger Abfolge erklingen lässt, kann sie öffnen. Eine zweifelhafte Ehre nehme ich an. Die Melodie ist in mein Gedächtnis eingebrannt. Yay. Unkel Fledermaus. Geh zu dem Baum. Hilf unseren Brüdern. Einen Moment. Hier ist ja denke ich mal nichts mehr. Also dann gehen wir mal hoch. Dann gehen wir mal auf. Hier ist nicht der Verrückse. Wo ist dasò? Ich bin der Verrückse. Ist das zu? Man, man, man. Ich töte jetzt erstmal die Viecher dahinten. Oh, der Große. Was ist er denn? Was ist er? Das war's für heute. Oh mein Gott, ich will doch den anvisieren. Oh mein Gott, der nervt mich vielleicht. Ja, war ja klar, dass er mich jetzt erwischt, ne? Wenn ich ihn nicht anvisieren kann, dann sehe ich ja an den US. Der Penner. Das war's für heute. Das war's für heute. Wieso? Wechselt es immer. Das war's für heute. Nein. Ist hier gar nichts? Kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich würde mal sagen, ich stirb jetzt dann gleich. Ich würde jetzt einfach mal spontan behaupten, dass ich jetzt dann bald draufgehe. das war's für heute. Ja, da kommt noch was. Entschuldigung. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, das war's für heute. Oh, no. 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 Oh, no.